Werkzeug, Kreuzlitz, Schraubendreher, ein HDMI-Kabel wird mitgeliefert, ein Netzkabel, noch ein Bauteil vom Standfuß. Dabei ist ein Blatt Papier mit der Montageanleitung für den Standfuß. Ich habe jetzt hier mal schon die Tütchen ausgepackt. Da waren drei Schrauben drin. Dieser Behelfsschraubenzieher, Kreuzlitz, vier selbstklebende schwarze Ringe, wo ich nicht weiß, wo sie hingehören momentan. Hier der Fuß, da liegt eine Anleitung, aber eigentlich ist das selbsterklärend hier drauf. Danach die zwei Schrauben von unten rein drehen. Legen wir rum so. Und auch das wird mit dem beigelegten Werkzeug hier eingedreht. Hier steht jetzt das neue Stück in der Mitte. Ich habe ihn am 13. Oktober 2020 gekauft. Er hat 2437 Sterne Bewertungen, durchschnittlich 4,5 Sterne. Er hat 15. Oktober 2015 Gebetscher. Ich habe ihn wie genau das Gericht, als er habe ich angefangen. Viele, die hier haben wir im Bis zum nächsten Mal.